Musik Du bist ein Nias, Mädchen. Wie war das? Ganz sicher bist du das, das sehe ich. Cassie. Ich habe vom Unfall deiner Mutter gehört. Tut mir leid. Kannten Sie meine Mann? Darauf kannst du wetten. Ich habe deine Mutter geliebt. Sehr sogar. Und was hat mein Vater darüber gedacht? Er fand es nicht gut. Sie hat ihn ausgesucht, ich war keine Gefahr. Obwohl es so geschrieben stand. Und was stand geschrieben? Unsere Familien sind verbunden durch die Sterne. Das war so bestimmt. Dad, was soll das? Kein Alkohol vor dem Abendessen. Abgemacht ist abgemacht. Hi, tut mir leid. Das ist Cassie. Emilias Tochter. Sie ist wirklich hübsch, oder? Ich bin erger. Cassie. Also, gehört das hier dein Vater? Ja, setz dich hin, wo du willst. Ich bring dir die Karte, wenn du magst. Okay. Danke. Ich habe dich heute in der Schule gesehen. Wie war dein erster Tag? Kann ich noch nicht sagen. Du erfährst es als erster. Gut, ich bin gleich wieder zurück. Adam ist echt heiß. Du solltest ihn anwagern. Du bist ganz sicher genau sein Typ. Oh, Faith. Was denn? Ist doch wahr. Ich bin Melissa. Freut mich, dich kennenzulernen. Und ich bin Faith Chamberlain. Ja, wir haben uns schon kennengelernt. Irgendwie. Jetzt ist das offiziell. Hey, tut mir leid, das mit deiner Mom. Danke. Und dein Vater? Wo ist der? Naja, er ist kurz nach meiner Geburt gestorben. Mein Vater ist auch tot. Ich habe nur noch meine Mutter. Sie ist die Direktorin. Du kennst sie wahrscheinlich schon. Lass dich von ihrem Lächeln nicht täuschen. Sie kann manchmal fies sein. Adam ist so süß, findest du nicht? Und er steht total auf den traurigen, zarten Typ. Weißt du, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so zart. Also verschwinde ich jetzt. Viel Spaß, ihr zwei. Hallo. Bye. Vielen Dank.